Ich geh gleich mal raus und dann guckst du mal kurz, ob du mich ziehen kannst, ja? Ich geh mal ganz kurz raus und guck mal, ob du mich reinziehen kannst in das Spot, ja? Jep. Ah ne, wir haben keine Zeit mehr. Machen wir nach dem Runde. Ich hör was, aber ich kann es mir nicht ganz einordnen. Nur bitte keine Zwillinge, das wäre mir jetzt zu stressig, weil wir es viel zu viel haben. Und, ach übrigens, ist es dem Morgorgon, bleib ich einfach im Schrank. Vor dem Tier habe ich so eine Angst, dass ich nicht spielen kann. Und was super süß war, einer hat, oh, ist das Ghostface. Und einer hatte das mal, da ist quasi der Killer vorher in meinen Stream gekommen, hat gehört, dass ich gesagt habe, dass ich bitte kein Demogorgon sein soll, weil ich da nicht spielen kann. Dann war er aber gerade Demogorgon und dann hat er mich ganz, ganz lieb angeht, damit ich ein bisschen die Angst verliere. Also hat mich ernsthaft gespielt. Voll süß. Und dann hat er das einfach geschrieben. Hast du auch nicht zu stalken, der Dreckzau? Machst du mich in Ruhe? Ne, ich Dreckzau sagen, bitte. Wenn es okay ist. So. Ich weine da immer ganz viel. Ich habe sich mal zwei große Streamer in meinem Check geprügelt und ich habe fast geheult, weil ich mich so unwohl fühle. Weil ich total empfindlich bin. Oder zum Beispiel auch bei King Wilder haben sie sich mal so ein bisschen gestritten. Oh, scheiße. Dreck vom Dengel angelt. Bei King Wilder haben sie sich auch mal so angekabbelt und ich habe das voll ernst genommen und habe dann auch mich angeschrieben so. Gerade ernst. Ja, nein, ist nicht her. Aber ich so. Ich bin sehr zart zur Seite, falls sowas an geht. Keine Ahnung, wie ich in dieser Welt überlegen könnte, das ja. Er scheint von dir weggegangen zu sein. Also ich sehe ihn nicht, aber ich habe auch schon Ghost Faces um die Ecke sitzen sehen. Wo dann so das süße Kleiner Gesicht ziehen, so ums Eck in den Cut. Bis zum nächsten Mal. Also wird wahrscheinlich vorratssichtig sowieso erst Anfang nächster Woche bzw. Ende nächster Woche sein. Vielleicht komme ich heute Abend noch mal spontan ganz kurz vorbei, aber es ist eher ausgeschlossen. Aber heute Abend werde ich einfach nur noch schlafen. Ich gehe mit den Tisch heute Abend im Quetz und fennig. Hallo, ist dein Sender, der mich gerne angepasst hat? Ich hoffe, mir gerne angepasst werden, bitte. Das ist eine sehr liebe Begriff, mir vorne. Da braucht man unbedingt Fotos oder kannst du wegmachen? Ganz ruhig wegmachen. Das ist eine sehr liebe Begriff. Obviously, ich bin schon auf Obsession. Ich bin schon auf Obsession. Amor. Wie ist Amor. Wie ist Amor? Wie ist Amor? Wie ist Amor? kann man jemand diesen Jammerlappen hier ausstellen bitte? leider nicht also wie sie schreit, das geht so gar nicht das passiert nicht ich werde nicht fachsicht, dann gehe ich dich ab Oh Leute, jetzt geht es aber rund hier. Hast du mich vertreckt? Du sagst grad ein bisschen aus wie der Dings. Ich hab mich grad so erschrocken. Ich hab jetzt Ende der Woche eine Fitness-Uhr, die hab ich mir meine erste Twitch-Auszahlung gegönnt, nach Abzug der Steuern natürlich. Und ja, da könnte ich jetzt gucken, ob ich grad so ein Puls hatte, als du hier angekommen bist. Auf 500 schnell gesprungen. Jetzt auch was rum. Ach ja. Ja, da ist auch ein Ghostface, ich glaub mal wollen das sind. Guck mal hier, hier ist es auch ganz schön. Kockenes Fels, Sonne, komische Kränken, hässliche Haken, Bäume wo Kühe dran baumeln, alles super. Richtig, der Ghostface in die Arme läuft mal wieder. Lässt nix neus, wa? Lässt nix neus, wa? Cool, ich bin am letzten Gin dran vielleicht. Oho! Aber gerade kommt hier auch Ghostface angesteppt. Pfeife. Wir kommen ja gar nicht raus, verdammt! Oh, böse Falle, das wird mir auch nicht nochmal passieren. Pfeife. Na tipp, da ist dre denkt crease. Ah! Fertig raus. Ich bin auf der Weg! Dankeschön! Dankeschön! Seid ihr wirklich? Ich sehe ihn und er sieht mich. Wo bist du denn? Ah, hier. Ah, du hängst. Okay, dann weißt du, was du denkst. Das wird eigentlich verflucht, Engelkiste. Sorry, Frau Baldi-Glocking. Ah, schade. Schade, Schokolade, aber fast. Lässt er nicht fliegen? Oh, der lässt mich fliegen. Scheiße. Ich komm gekrochen, ich komm gekrochen und becovert. Äh, noch nicht ganz hoch, also bitte noch nicht zu nah zu mir. Nein, ich bin zu nah zu mir. Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ihr macht das bestimmt absichtlich. Ja, das können wir jetzt nicht gut abpassen. Jetzt im Druck halt. Ja, der ist noch dahin, der ist noch dahin, der ist noch dahin, der ist noch dahin, der ist noch dahin. Ich kann es nicht. Ja, der kämpft jetzt. Ja, der kämpft nicht. Kann ich jetzt auch mich auf dem Kopf machen. Naja, wir sind am anderen Tor jetzt. Der ist meine Karte. Der ist noch nah zu 90 Prozent offen. Ja, der kommt kämpft. Alles vor. Ah shit. Wir gehen jetzt bei mir gleich zu gucken. Könnt ihr euch ja schonmal... So. Geht dich gleich wieder liegen oder was? Was macht der denn? Keine Ahnung was der random macht. Wollt ich mal gucken was der random macht? Ja der ist jetzt draußen. Ok der ist draußen, ok. Oh Honeyball ist tot. Ja. Noch ist draußen. War nicht geil. Der bringt mich schon mal da. Ja entweder das oder er macht ihn jetzt... Ja ok. Finde ich fair. Also ich fand ihn aber allgemein gut. Also... Da habe ich schon andere Ghost Faces gesehen. Ich hab tatsächlich einen Clip wo ich mich wirklich über einen geärgert habe. Weil der die ganze Zeit so ums Eck gelinkert hat. Das kann ich nicht so sagen. Ähm... GG. Äh kann er nicht mal lesen. Ach schade. Ist er Konsolen wieder? Ja. Ok. Schade. JНАЯZE